Und damit bin ich wieder hier, mit dem Herrn Taperider. Ja. Der Last Unicorn. Nach langer Zeit ist er mal wieder dabei, oder? Zeit gefunden bei uns. So, hier. Hast du das schon gesehen mit diesen anderen Katzen, die man da finden kann? Ja, bei den anderen Lagern. Da gibt es ja auch so eine Dingskatzen, die irgendeine Musik spielen. Da gibt es den Käfer, Sammler. Ja, ja, die habe ich auch gesehen. Das sind diese Gülo-Dinger da, oder wie die heißen. Die Katzen immer wieder holen und die gehen dann mit und die verstärken. Deinen Angriff zum Beispiel, der eine macht durch Musik und so und den Angriff stärker. So wie ein Bader. Oder der andere kämpft halt mit. Das ist voll arg. Die gibt es da im uralten Wald nämlich auch. Ja, das sind die markiert. Das sind die komischen Striche da. Das sind... Im Zwölferbezirk, da über die Zwölf, ne? Genau, genau. Bei mir steht ein Käferfänger. Genau. Kann man den holen, wenn man zu zweit da ist? Im Normalschuh? Und? Grimalkine, genau. Warte los, brauchst du, gell? Der Tobi ist auch da. Genau, genau. Ja... Ja, ist ja wurscht. Äh... Ich würde mal sagen. Der Tobi ist da schlechte Dings Erinnerung dran. Ja. Da bin ich immer uns entdeckt. Ein... Das... Leuchtfeuer müsstest du dann abfeuern, gell? Achso, genau. Weil, ich kann nicht. Ich hab schon geschaut. Weißt du? Das hast du gestartet. Ne. Atsch. Ich bin schon unterwegs. Im Endeffekt. Normalerweise sollte man es eh schon ab. Jetzt sind wir zu viel. Ich hab mir alleine schon geschaut. Ja. Aber er ist nicht... Er ist schon stark, also... Ja. Ich hab schon weg da. Er kann auch schon auf die Eier gehen. Mhm. Hast du ihm schon markiert, oder was? Kann sein, ja. Du hast den Weg ansagt. Weil, ich hab's eigentlich nicht. Oder hast du den anderen markiert? Den Rat da hier? Warte mal. Kann ich den schon markieren? Warte mal. Ich probier's. Ich sag, zieg ihn dann weg. Okay, ich hab jetzt dann markiert irgendwas. Aber meine Leuchtkäfer, wo sind die? Die sehe ich gar nicht. Ich hab grad... hinten nach. Ich weiß nicht, wo die mich hinführen. Ich hab nichts markiert. Hm. Eigenhaltig. Ja, weil... Hier schau'n wir halt mal. Mich zeig dir nur die Pilze an. Aber es ist wahrscheinlich, wie das ein Pack... Ah, die Pilze brauche, ja. Schau'n wir halt einmal. Ah, genau! Schau! Er bringt mich zu der Schuppe. Super. Ah, Honig. Und jetzt hab ich ihn weg. Ah, Honig. Honig ist auch gut. Ja, ist er schon auf der Karte? Er ist ja schon da. Ja, er fliegt da schon herum. Er ist da irgendwo. Ja, das muss ja gleich über uns sein, ne? Ja. Eieieiei, es wird lustig. Ja, ich hoffe, dass der Herr Tate Brighton das regtet. Ja, okay. Ha, 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 ha. Da sind ja alle drei. Ja. Ja. Jetzt wollte ich schon sagen, da fliegt einer über mir. Wollen wir mal Tobi spüren? Wenn du jetzt mal schnackert lassen hast. Ja, jetzt wird's gefähr. Ich bin schon aufgeregt, ne? Uh, ich bin ehrregt, Alter, ehrregt. Ich darf wieder mit dem Dr. Tate Brighton kommen. Hm, hm. Eben ja schon gedacht, ne? Vielleicht spiele ich mal eine alte, ne? Dann passt es wieder, ne? Ja. Nein, es passt eh. Mal wieder zusammen zum Spülen. Ja, ich geh heute nicht so früh, weil die Sandra ist bei mir auch, weißt du? Ja, ja. Und morgen fahren wir noch wohin. Und dann muss ich eigentlich wieder arbeiten, aber noch ein. Das Schmeich da untergehen. Untersuchungen zugefügt. Das heißt, dass ich mich was mit Schweine umbringen kann. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das muss ich mal schauen. Die Untersuchungen sind ein bisschen komisch, weil die sind mit 250 beschränkt. Ja. Und du kriegst aber immer wieder... Ja, weiß ich nicht. Wohin jetzt? In die andere Richtung oder was? Jetzt ist er zurück. Ja, der kommt doch da oben. Pass auf. Ein Pilze. Giftpilze. Was ist das jetzt mit dem Käfer, Alter? Manchmal verwirrt mich das schon. Ja, da hinten ist alles. Hoppla. Ja. Ja, die Woche war kacke, ne? Höchst Training von mir. Oh, er ist schon da. Oh, ja, 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 ja. Und der André, rechts. Ja, der ist ein Flüchter. Er hat eh Chance. Ist das schon gut? Ja, ja, was das ist. Ich kann ja jetzt eh Wochen auch trainieren, weil ich schon. Ja. Aber aufnehmen oder so kann erst wieder am Wochenende dann. Ja. Vielleicht passt es am Samstag. Sicher Samstag bin ich daheim. Ich muss da mal schauen. Ich schreib da sonst nicht. Ja. Vielleicht können wir am Samstag gleich wieder was aufnehmen. Ja. Und da hätte ich dann eigentlich viel Zeit. Okay. Ja, ich versuch mal. Das Wochenende. Das Wochenende habe ich frei. Ja. Und ja. Wäre klasse. Das Wochenende ist wieder super. Weil ich hätte ja eigentlich schon gestern frei gehabt. Aber jetzt ist wir krank geworden. Jetzt bin ich eingesprungen. Ja. Und ja. Jetzt habe ich halt schon vier Tage frei. Nur drei. Aber jetzt ist es ja schön abgekühlt. Ja, Alter. Warte. Wie kalt drüben war. Also. Ja. Ich bin gleich in meinem Auto drinnen. Oh, wie wei. Ja. Ist schon ein Unterschied auf einmal. Weißt du. Ja. Ein Pullover alles an. Die letzte war ich noch drüben. Kurz gerammelt und... Du hast es nackert. Ja. Im Stringtanker drin liegen. Ah, scheiße. Ja. Da kommt einer in die Quest dazu. Der Seil. Der macht uns das jetzt kaputt. Der Seilt dann ab, glaube ich. Ja. Der Herbert ist schon fort. Ja. Was ist da jetzt? Seil. Seil und Speer, ne? Wie die heißen. Aber ich kann ja was. Ja. Geh auch. Meisperle. Du sammeln aus der Heimkunft. Lies mir das Wurscht. Ja. Die Blödsinn. Ja. Wo hast du noch das Lied ausgebracht, was eingefallen ist? Jetzt ist es wieder ein neueres, glaube ich. Aber das Zuhl anscheinend auch nicht so schlecht sein. Aber... Bei mich taugt es ja allgemein nicht. Muss ich sagen. Der Horvath war ja eine Zeit lang lustig. Ne. Muss ich da jetzt ab, oder nicht? Ich glaub ja. Aber ich hab da noch Gänseblümchen gepflückt, oder was. Weiß ich nicht. Schaut. Sonnenblüte hab ich gehört. Au. Ne, das tut mir weh. Alter, bis wir dann einmal... Das ist ja das, was mich so nahe schmacht. Bei den Pfund einmal Horst, Alter. Du müsstest eingefrieren, oder so. Weiß ich nicht. Ja, der haut immer ab. Der Ronin, 116, will auch mitmachen. Ja. Ja, da ist der Dobi, das ist ganz toll. Ja. Geht der schon von Radha los, los. Das wäre super. Ne, danke. Aber der Dobi ist von uns. Ich sag ja, der geht los. Achso, der geht los. Ich will jetzt mal den anderen Spieler da. Nein, das wäre super. Der andere ist ja schon oben. Der andere Spieler. Okay. Der scheint schon oben zu sein. Ja du, ich weiß ja auch nicht. Die Käfer sind ja alle deputiert. Ich weiß nicht. Ja, ich check's nicht, wie die alle hinkommen. Ich schaff das nicht. Ich will ja nur das Equip haben. Ich hab Gräseln, also das soll recht gut sein. Okay. Okay. Am Anfang oder wie? Zumindest für meine Klasse Schuhe ist es relativ gut. Die meisten lassen das Equip, weil es einen Full Crit oder was gibt oder so. Okay. Keine Ahnung. Zumindest lassen sie ein paar Teile immer unter von dem Radha los, weil das halt denen einen Bonus gibt. Auf hier, okay. Auf hier, auf hier. Ey, ey. Das ist eine wilde Partie da wieder. Ich hätte halt gern das Equip aneinander. Ich glaub, dann hätte ich mal meine Ruhe. Ja. Weil den Diabolos alle, den hab ich probiert. Das ist der eine, was ich über den geschafft hab, war den Schwanz abschlagen und dann war's das. Ja, den haben wir schon gelegt. Da hab ich Glück gehabt. Da bin ich immer gruppenweise eigentlich, ne? Ja, ich war allein. Ja. Ich hab, ich hab ja keine, über keine Quest gehabt. Ich hab ja nur eine Untersuchung geschaut. Okay. Die Leute, die dann gekommen sind, haben... Nehmen mich dann. Was schreibt der? Help! I'm pinned down. Ja. Dann greifen Leute an, wenn wir nicht da sind, ne? Ja, ich mein. Ja. Ich krieg schon die ersten Walschen und die Bränchen. Bränchen. Ha, 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 ha. Hab ich nicht überhaupt so drauf, oder? Wo kommt denn das Wasser? Hör, fahr mal. Hä? Alter, ich kann mich gar nicht raus. Wie hat mir das Wasser aufgeraht? Ja, ich glaub, ich schlag das immer auf. So. Kommen wir rein in den Unterroß. Ich bin zu weit weg wieder. Und jetzt bin ich wieder zu weit drüben. Oh, 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 oh. Und ich hab schon gekriegt mein Gift. Wo ist denn da? Eine Giftflasche. Herbert! Warum bist du noch nicht da? Einen Schwanz! So. Wo ist er denn? Ja, gut. Keine Probleme. Ha, 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 ha. Was haben die anderen nicht so gekriegt? Ich hab' geflückt. Warte. Einen, du! Nein! Das ist da, da, da. Hinten, neini! So. Oh, oh. Jetzt lande einmal. Haut's ihn nieder. Ich weiß nicht. Ja, es wäre schön, wenn er einmal runterkommt. Du, komm mal mal von der Wallen. Und dann schreit da, kannst du wieder nicht bewegen. Was ist denn da? Nur keine Angst haben. Jawoll! Und der schmeißt dann durch. Dumm, ey. Sau, du! Ja. Einmal hab' ihn getroffen. Ja. Oh, weh. Ich brenn schon. Vor Leidenschaft. Ich bin verglichen. Also. Ich kann mich nicht bewegen, sagt der Dabweiler. Ja, ja. Also, ja. Ich bist bei ihm. Das ist immer ganz super. Ja, bist ja du. So. Können wir nachtrinken. Ja. Wenn ich trinken muss... Ja. Wenn ich Zeit hätt' zum Handgreifen, spuckt er mich an. Ich hau' dir den Schwab, Obe. Ich sag's dir, Alter. Ich bin eine Maschine. So. Komm her da, du. Waschgeig. Was ist da? Was? Was? Nooo! Ich hab' den Schwab da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Da. Geh weg. Das ist ganz unglücklich, die Situation da. Ja, die fliegen... Ja, jetzt hat er mich. Ja, flieg mit mir. Runtespazieren. Komm her, komm her, Alter. Was ist denn das jetzt? Das ist ein Freund. Das ist der andere. Nicht, dass die ihm jetzt hilft, da. Ja, ich bin jetzt gleich im Arsch. Warte mal. Ich muss da abhauen, irgendwie. Weil ich bin vergiftet. Hab keine Leih. Und bin damisch. Ich bin gleich fertig. Ja. Depplein ist so ahnmächtig. Ja. Das macht nix. Weil ich vergiftet war jetzt, ne? Ich richte es. Du brauchst kein Kräuter-Mix. Wie heißt das? Kräuter? Weil das gibt Lebenspunkte und halt Gift. Ja, das hab ich irgendwo gehabt. Weiß nicht. Weiß denn das? Oder ist schon wieder ausgeschmissen? Lebenskraft-Mantel. Aber jetzt kannst du selber herstellen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr wie. Wie geht denn das? Wir sind immer alle bei mir, Alter. Komm. Jetzt weg. Gegengiftflascherl mitnehmen. Wie geht das nicht? So. Kann ich was essen? Ja, schaut's nur alle mich an. Ich geh was essen inzwischen. Ich leb noch. So. Außen rein geholt. Station. Sag einmal, bin nur ich der Einzige, der da noch haut oder so? Ne, weiß ich nicht. Ich bin halt dabei. Ist das die Möglichkeit? Ich muss jetzt weg. Ne. Ja, weil jetzt ist der Radler bloß auch fuhrt. Ja, aber der ist bei mir in der Nähe da jetzt. Ja, ich werde da jetzt einmal dezent weggehen. Ich bin gemütlich. Ne. Weil ich hab da Probleme. Nix dran. Was ist denn da mein Megatrank überhaupt? Ja. Ja, aber jetzt kämpfen sie gegen den anderen. Das war offen. Also ihr seid ja eh. Gegen Dobi oder was? Nein, gegen den Radler. Den anderen. Was sind denn da noch? Ja, den braucht ja keiner. Oh weh. Ja, Lehmkröte dreht. Super. Geh da runter? Ja, Hup, Alter. Eine Woche weg. Ist nicht wurscht. Hauptsache. Das wird nicht sein. Das ist eine Katastrophe. Bewegt dich doch. Ja, Langsamheit. Jetzt geht er Spuren lesen. So, wo sagen die Käfer? Wo hin? Sehr gut. Bin ich gut, habe ich gesprungen. Okay. Ja. Wo ist denn jetzt der Aufstieg? Die Käfer sind echt für den Arsch irgendwie. Manchmal ist das echt so verwirrend, gell? Weil... Ja. Auf einmal tarnst du sie auf und dann verschwinden sie noch. Ja. Der raunen wird es auch nicht mehr lange mehr oben. Du bist ja vor mir. Da muss ein bisschen höher. Kalt ein Kraut. Das nehme ich mit, weil... Ja. Da habe ich einen dran gebraucht. So. Da rufen, glaube ich. Da kann ich mal weit weg sein. Wir steigen mal auf die Klippe. Ich komme! Juhu. Hihihi. Ei. Da... Pilze, maximal. Na einmal auf, ey! Oula! Ja. Wir sind hoch hinaus. Da fahrt man wieder dir. Ja, und die zwei sind schon wieder full am fighten, ne? Ja, ich weiß nicht, wie die immer hinkommen, aber... Ja. Der Seil ist ja gleich hin. Ja, dann ist die Questa vorbei, ne? Wenn der jetzt der Arsch ist, ne? Jetzt war einmal dürfen wir alles gestanden, ne? Ich weiß nicht. Ich bin gestorben einmal. Nein, der andere ist gestorben. Ja, und da nicht gestorben zu fahren. Ist er schon gestorben, der andere? Ja. Hast du gesagt, oder? Ja. Nein, ich hab gesagt, wenn er nicht aufpasst, ist er gleich hin. Ist auch okay. Bin ich doch eh gestorben, ne? Ist ja klar. Ne, Herr Doktor. Er soll ja eigentlich die Leute retten. Deswegen hat er ja einen Doktor Titel, ne? Ne. Ne, ist der wohl stirbt. Aufopfernd gefallen. Die kämpfen immer, Alter. So. Ja, die zwei nicht auf. Wieso geht denn der andere nicht weg? Jetzt läuft er wieder weg. Jetzt bin ich gebommen. Er ist weg. Jetzt hab ich mein scheiß Schwert ausgepackt. Und dann bin ich eh sehr langsam. Was ist denn jetzt? Ein Kämpfende gegen zwei? Oder was ist denn jetzt? Überhaupt los. Ich weiß auch nicht. Oh, der eine ist da. Warte, den muss ich jetzt rauf fahren. Ja, ich hau ihm jetzt den Schwanz ab. Und schaue. Gebrochene Teile. Die steigen wir auf und schießen wir in den Fuß. So. Dann machen wir gute Treffer. Blitzerleine auch in den Fuß. So. Komma. Schönen Kreisler machen. Ja. Ist der Schwanz da noch? Ja. Ja. Du. Er rennt mich nieder. Du. 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 Auf den Schädel. So. Jetzt bring ich ja noch die Schein. Die inneren, in der Reihen aus. Ich steh im Pich. Ich seh ich überhaupt nichts mehr. Das ist am besten. So. Wir haben den Fuß alleine. Kömmer. Da muss er zittern. Ja, du. Komma. Jetzt ist der Andrej, will er nehmen. Ich kenn mich nicht raus. Ich hau einfach so drauf. Ich hau einfach so drauf. Ja, ey Flügel! Jetzt fliegt er! Jetzt kommt er unten, der kriegt einen kleinen. Jetzt... Ja, einer schlägt er mal gut. Ja, das ist sehr gut. Da hast du ein Lohnmaterial und dann werden wir da... ...wann zu laufen. Ja, ich kann nicht dabei kämpfen. Hauptsache, wir haben das schon. Was? Hoppala! Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Ja! Ich weiß nicht, die Blas sind doch geschreden. Das Hauskappen kommt. Ein Spar auf der Karte. So! Jetzt gehen wir anwenden. Das fahr ich nicht noch. Nein. Scheine ins Knack. So! Oh, was? Die Käfer! Wir kamen von der Wärmung der anderen. Ja, viel Spaß! Wir kriegen auch einen Schwanzen aus dem. Na, den brauche ich nicht. Der hat das schon gebrochene Teil, ich bin. Den brauche ich nicht. Der hat noch halb der Yandale. Diese Kippe haben mich verbreitet. Diese sind wirklich sonderlich froh. Was? Was ist denn abgestimmt? Habe ich doch nicht. Hoppala! So ist ihm unser freier. Der kommt jetzt wieder zu, ey. Also? Ja. Ja, ich hab's gespürt. Ja, bis du neust. Wo ist denn mein Trank? Ja, du Arschloch, du... Ein Versuch nach so einem Arschloch. Das ist ja... Der kriegt mich nicht runtergekupft. Sie können auf mich drauf gestiegen oder was, weiß ich nicht. Ja, ist klar gekommen. Ich hab nur gesehen, Alter. Bei mir ist der Tobi irgendwo. Da steht der Tobi. Ich laufe irgendwo vorbei. Ganz sicherlich gern. Ja. Die muss gespürt. Ich brauche Material. So. Die Ecktrue. Und so. So. Was hast du gewohnt? Kräutermedizin, gell? Habe, ja. Kräutermedizin, ja. Habe ich einstecken. Wie? Die heilt Vergiftung und gibt ein bisschen Lebenspunkte. Super. Hoppala. Ist für das, denke ich, mal nicht schlecht. Also Nährstoffe, wo die... Ah. Ah, ei, ei, ei. Oh, ich hab welche noch. Ja. Ich bin fast da. Weiß auch nichts. Wie machst du schon, gell? Geil. So. Was haben wir da? Sprint. Elixier. Ja, ja. Der Seil ist vorn haltet. Schockfalle. Beruhigungsbombe. Nährstoffe. Da, Alter. Den machen wir selber. Ah. Ja. Genug ausgeruht. Genug ausgeruht. Jetzt geht's leise. Hauweh. Ja, immer wenn ich hau, oder? Es schaut kritisch aus beim Roni. Ist er? Ist er da irgendwo? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Sehr gut. Einfach schlau, gegen links links. Jetzt kommt er. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bekomme schon wieder die Detachung. Jetzt geht Zobi weiter. Wenn ich habe, Zobi kommt und er hat mich schon wieder vergiftet. Ich brauche immer etwas gegen Gift, glaube ich. Und gegen Damisch sein. Weg von mir! Der geht jetzt immer auf mir. Juhu! Ich habe keine Energie oder was nicht, aber ich muss immer her. Ich muss jetzt gehen. Der steht immer! Gehen wir! Gehen wir! Gehen wir! Es ist kaputt! Vorher! Hä? Alter! Hey, ich habe ihn! Gehen wir! Jetzt kommt er! Gehen wir! Gehen wir! Ja, danke! Er ist immer auf mir losgegangen! Das Arschloch, das! Hier! Vorbei! Gehen wir! Ja! Gehen wir! Gehen wir! Tut mir leid, Zock! Ja! Ich sage, ich weiß nicht, was da ist, ne? Ich glaube, das Forge ist Z oder wir brauchen irgendwas gegen Gift oder so. Muss man schauen! Gehen wir! Gehen wir! Gehen wir! Gehen wir! Das war jetzt eine Katastrophe, ne? Für mich! Gehen wir! Auf die geht! Ja, er ist die ganze Zeit auf mir losgegangen, ne? Gehen wir! Ja! Ausrüstung ändern! Mal schauen! Gehen wir! Gehen wir! Gehen wir! Mit seiner neu einmal die... Gehen wir! Wieso hat denn das ein durchgemischtes Ding überhaupt? Jetzt kommen zu mir erst! Hier will ich nicht das komplette Set an! Wie? Ja, es ist aber eh nicht normal so schlimm! Ja, nein! Er hat gerade gewohnt dort! Achso, da habe ich gegen Eis, glaube ich, gell? Ah, Eis drauf! Na, Feuerwiderstand! Göttlichkeit! Ja! Hungerwiderstand! Verwundbarkeit! So viel besser! Ja! Hoppala! Ja! Also, das Ohrenstöpsel, das habe ich nicht mehr, wenn ich es verstanden habe. Ich schreit oder was? Halt ein Angst, er macht ja? Eines wegstecken! Ist auch nicht so schlecht, oder? Ich weiß nicht, ich hab das alles nicht so, ich hab eigentlich nur den, den Ding immer noch, den Start, was wir von Anfang an gekriegt haben, den Talisman, und halt beim Equip halt die Sachen nicht. Westwiderstand. Galerie. Ja jetzt tief Widerstand, auch wie sowas, aber nicht mehr Ausdruck. Ich bin der Einzige, der noch in der Expedition ist, oder wie? Ich anscheinend, ich bin schon längs draußen. Ich bin der Einzige, der noch draußen ist. Ja, ich stehe. Ja. Dann noch ein Griff. Ich wollte da eine andere Warnung drin, kannst du deine Ernte einholen, ja bitte. Schuhe. Der Stand. Ich hab nix mit Gift, ne? Das hab ich beim, warte mal, ich sag's da gleich. Bei Handen. Da muss ich mit drauf. Schau ich bei ihm noch so. Das ist das Rad, na wie heißt das? Rattan Equip. Ja. Ja. Es gibt Widerstand, glaube ich, Ausrüstung, oder? Rattan Hüftring. Ne. Hat, glaube ich, wenn ich da schau, Giftwiderstand auf Stufe 1, ja, verringert die Dauer von Vergiftung um 30 Prozent. Okay. Giftagriff. Und das andere da, die bei Heimschiedern hat, Erholung 10 Prozent. Ja. Da muss ich den mal. Zumindest Giftwiderstand ist, also du bist halt nicht so lang vergiftet, dann. Sprengen tut's ja wie eh nicht so viel, also einen richtigen Widerstand hast du ja auch nicht. Ausrüsten. Tun wir ausrüsten. Der Stand haben wir doch. Ja, mit ein paar Teile. Ein paar Teile hab ich ja gekriegt für den. Und was in der Sektion? Schau wir mal. Ja, da könnt ihr was basteln. Hüftring und Handschuhe. Ausrüstung. Da ist ein kritischer Blick. Was ist denn das schon wieder? Rattalos jetzt. Eis wird schon. Rattalos macht erhöht den Elementschein Feuer, was der Donner Eis drachtet durch kritische Drehfahr. Das ist sehr geil. Das ist bei Rattalos, wenn du das komplette Set hast, oder wie? Jaaaros. Du. Jaja. Bei drei Teile. Es ist egal, welche Schwäche vor. Der erhöht die Affinität von Angriffen, die den Schwachpunkt eines Monsters ausnutzen. Das ist auch super. Wenn es einen schwachen Punkt vom Monster trifft, also zum Beispiel der Schwanz ist jetzt schwach, dann erhöht es deine kritischen Drehfall um 15%. Das ist bei Rattalos und dann drückst du nicht den Startknopf, sondern den anderen daneben. Dann kommen die Ausrüstungsfähigkeiten. Okay, da habe ich noch Schuhe. Ah, die Schuhe von eben, oder was vom Rattalos. Da könnte ich auch stellen. Und da steht ja Rattalos-Macht auch, ne? Jaa. Für mich halt. Rittische Elemente, ja. Und dann steht auf den Sprung meistens, verhindert, dass du im Sprung zurückgeworfen wirst. Das sehe ich auch super. Das Rattalos-Set, das kann schon was. Feuerangriff wird erhöht, ja. Glück habe ich jetzt aktiv, danke. Ich habe das auch beim Legia-Set. Da habe ich Glück, eine gute Chance auf zusätzliche Quest-Belohnungen. Fangmeister und das mit den Kirins. Okay. Dann kritisch. Warten. Also dieses Todes-Gestank-Set. Hä? Na. Na? Nix. Das ist ja da, das schaut arg aus. Wie ist denn das gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Du brauchst finsteres Tuch und so das so. Hä? Das schaut voll arg aus. Das schaut echt wild aus, Alter. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, was man jetzt ausrüsten soll. Ja, am besten entweder was gegen Feuerwiderstand. Oder gegen Giftwiderstand. Oder sonst was halt so. Feuer, aber da ist auch nix. Ja, die Wasser-Ochstaufel wieder, ne? Ja. Oder für Meldung. Das ist auch nix. Mäntel. Gesundheit-Booster. Den könnte ich mitnehmen. Was gehört noch? Wärts schon. Mirke. Ja, ja. Aber ich habe immer noch die Standard-Dinge angeht. Weil die reduzierten Schaden und so. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Axt. Wohin. Denke ich. Mäntel. Zweiter Mäntel. Okay. Stöpsel. Gesundheit.